LGBTQIA plus steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer, inter und asexuell. Das Plus deckt alle weiteren Identitäten ab, also A-Gender, Pansexuell etc. Das bezeichnet alle Personen, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugeteilten Geschlecht identifizieren, also nicht Cisgender sind. Obwohl die gesellschaftliche Akzeptanz vielerorts stetig zugenommen hat, ist die Arbeitswelt hinterher. Wer an Führung denkt, hat meistens bestimmte Rollenmodelle im Kopf. Wenige TopmanagerInnen sagen offen, dass sie nicht heterosexuell oder Cisgender wären. Was bedeutet das für Personen, die zur LGBTQIA plus Community gehören? Wer an Führung denkt, denkt heute oftmals noch an einen weißen, heterosexuellen Cismann. Das wird in der Forschung mit der Formel Think Leadership, Think Male beschrieben. Think Leadership? Think White Heterosexual Male. Die Verhaltensweisen, die einer Führungsperson oft zugewiesen werden, entsprechen maskulinen Geschlechterstereotypen. Also zum Beispiel Selbstsicherheit, Ehrgeiz oder Durchsetzungsstärke. Die ideale Weiblichkeit hingegen wird mit Passivität, Hilfsbereitschaft und Einfühlsamkeit assoziiert. Für Frauen in Führungspositionen führt dies zum Dilemma. Double Bind. Sie sieht aus wie eine Frau, soll sich stereotyp weiblich verhalten, also gemeinschaftsorientiert, was aber nicht zur Vorstellung von Führung passt, zum Beispiel durchsetzungsstark zu sein. Diese Ein- und Ausschlussmechanismen aufgrund des Geschlechts können bei homosexuellen Menschen aufgrund ihrer Sexualität auftreten. Zunächst passiert eine Klischeeverschiebung. Lesbischen Frauen werden tendenziell männliche Eigenschaften zugeschrieben, schwulen Männern weibliche. So wird von schwulen Mitarbeitern eher erwartet, dass sie in Bereichen gut sind, die soziale Kompetenz und Kreativität voraussetzen. Weniger Kompetenzen werden ihnen dagegen in sogenannten männlichen, kalkulierenden und führenden Bereichen zugeschrieben. Hinzu kommt die Homophobie anderer Männer. Schwule sind dann Aggressionen ausgesetzt. Lesbische Frauen sind am Arbeitsplatz im Zweifel mit einer doppelten Diskriminierung konfrontiert. Das führt zur Irritation, gerade am Arbeitsplatz. Sexuelle Minderheiten werden übersexualisiert, das heißt andere Persönlichkeitsmerkmale treten in den Hintergrund. Gerade am Arbeitsplatz, der kopforientiert, körperlos und genderneutral sein will, es aber nicht ist, werden homosexuelle Menschen als körperlich und sexuell wahrgenommen und damit als weniger passend zu den Arbeitsanforderungen. Sie werden von Informationen ausgeschlossen, sozial isoliert und nicht befördert. Die sexuelle Identität ist bei lesbischen, schwulen, bisexuellen und pansexuellen Personen am Arbeitsplatz nicht sichtbar. LGB-Plus-Personen entscheiden sich häufig für Vortäuschen, Verbergen oder geben nur indirekte Anzeichen. Im Vergleich hierzu wird die Geschlechtsidentität von Trans-Personen, Nicht-Binären, Genderfluiden und Agender-Personen unter Umständen eher zum Thema. Trans-Menschen werden nicht immer eindeutig als ihr tatsächliches Geschlecht wahrgenommen. Eine Trans-Frau wird unter Umständen weiterhin als Mann gelesen, weil etwa ihr Aussehen und ihre Stimme nicht Stereotyp-Feminin wirken. Dieses ungefragte Einordnen in die falsche Kategorie kann auch zur Verwendung des Geburtsnamens, falls bekannt, und zu verletzenden Miss-Gendern führen. Trans-, Nicht-Binäre, Genderfluide und Agender-Personen ordnen sich selbst ein mit ihrer Wahl der Pronomen, was dann am Arbeitsplatz zu respektieren ist. In Deutschland, das hier im Vergleich hinten liegt, hat sich nur rund ein Drittel aller LGBTQIA-Plus-Berufstätigen im Job explizit geoutet, aus Angst vor Diskriminierung und dem Karriere aus. Für Trans-Personen kann ein Outing sogar zu realen Gefahren für Leib und Leben führen. Diese und andere sexuelle Minderheiten werden oft nicht als bedroht verstanden, sondern als Bedrohung. Auch der Führungsstil kann falsch eingeordnet werden. In einer Studie wurde das Führungsverhalten einer transweiblichen Führungsperson vor Beginn der Transition, also noch mit männlichem Geschlechtsausdruck, zunächst als passend und natürlich empfunden, dann später, nach ihrem Coming-out, als unnatürlich. Alle Führungspersonen sind in binäre und heterosexuelle Geschlechterklischees eingebunden, obwohl die Führungseigenschaften auch mit dem individuellen Charakter zu tun haben. Manche sind kontrollierend, manche sind hilfsbereit, andere eher nicht. Dann beeinflussen die Umstände. Wer zum Beispiel viel Zeitdruck und Stress hat, ist weniger kommunikativ. Zudem passen sich Menschen mit ihren Führungsverhalten auch dem Umfeld an. Eine Tätigkeit in einer Bank ist maskulin geprägt. Soziale Bereiche, die oft gesellschaftlich abgewertet und schlecht bezahlt werden, weiblich. Hier werden auch bestimmte Geschlechter mehr oder weniger akzeptiert. In Bereichen wie der Kultur- und Kreativwirtschaft werden queere Menschen eher akzeptiert und für vollgenommen. Diese Bereiche gelten gemeinhin als Quelle von gesellschaftlicher Erneuerung. Unsere Vorstellung von Führung befindet sich im stetigen Wandel. Auch die Medien reproduzieren zwar viele Klischees, zeigen aber auch neue Rollenmodelle. Einstellungs- und Beförderungsverfahren auf Neutralität in Bezug auf Gender- und sexuelle Orientierung prüfen. Den respektvollen Umgang in Führungsgremien sowie in Personalabteilungen auch anhand von Schulungen weiter erarbeiten. Es geht auch darum, dass Cisgender- und heterosexuelle Führungskräfte und Teammitglieder ihre eigenen Privilegien und sozialen Vorteile erkennen und reflektieren. Für Einzelne ist es wichtig, Erfahrungen mit Mitgliedern der LGBTQIA-Plus-Community auszutauschen und sowohl im Kopf zu verstehen als auch sich empathisch einzufühlen. Hierbei geht es darum, solidarisch zu sein und zu erkennen, wie die Dominanzgesellschaft andere an den Rand drängt. Es geht nicht darum, queere Personen auszufragen über Sachverhalte, die man online selbst recherchieren kann. Es ist auch keine Lösung, queere Mitarbeitende und Führungskräfte zu tolerieren. Bloße Toleranz hält lediglich Kategorien aufrecht wie Normal und Nicht-Normal-Aber-OK. Vielmehr wäre es notwendig, Führung selbst queer zu denken, also Verknüpfungen wie Mann handelt männlich, steht auf Frauen, ist Chef, nicht als natürlich zu sehen, sondern kritisch zu hinterfragen. So wäre es möglich, für jede Führungsperson, sich jenseits binärer Mann-Frau-Zuschreibungen zu verhalten, um mit emotionaler Solidarität unsere Vorstellung von Führung zu verändern. Was ist das für die Führungsperson? Was ist das für die Führungsperson? Vielen Dank.